Die Mutter färbt die Eier Die Eier werden von der Mutter gefärbt Die Kinder bemalen die Eier Ostereier werden bemalt Ich backe den Osterzopf Der Osterzopf wird gebacken Die Eltern versteckten die Ostereier für die Kinder Die Ostereier wurden für die Kinder versteckt Die Familie schmückte den Osterbaum Der Osterbaum wurde geschmückt Man aß am Ostersonntag ein leckeres Frühstück Ein leckeres Frühstück wurde am Ostersonntag gegessen In vielen Dörfern hat man ein Osterfeuer gemacht Wir haben den Osterstrauch auf den Tisch gestellt Man hat zu Ostern die Kirchenglocken geläutet Frohe Ostern!